Und hier ist sie wieder, die 10 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10 Euro Überraschungsshow bei Pearl TV. 17 Uhr im deutschen Fernsehen, das bedeutet, die Stunde hat geschlagen für die Schnäppchen-Show hier bei Pearl TV. Schnäppchen-Show gibt es leider nicht in dieser Sendung, aber ganz viele Überraschungen, denn alle Produkte, die in dieser Sendung vorkommen, die kennen wir nicht, beziehungsweise kennen wir vielleicht, aber wir wissen nicht, was uns in dieser Sendung erwartet. Eins ist sicher, der Preis an dieser Stelle. Und bis zu 5 Mal dürfen Sie bestellen, wenn Sie mögen. Aber mit Sicherheit ist da viel Nützliches, Praktisches oder auch einfach nur Schönes dabei. Schauen wir doch einfach nach. Und das machen wir, den wir jetzt die Jana rufen, mit dem ersten Produkt. Eine goldene Regel noch, aber das wissen unsere Stammzuschauer. Wenn Ihnen etwas gefällt und wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt bis zu 5 Mal bestellen. Und wir beginnen mit Schneidebretter, aber zwei Größen, oder? Zwei verschiedene Größen, hätte ich auch gesagt. Ach, das ist das Set sogar, nicht jedes einzelne. Es ist tatsächlich das Zweier-Set. Und ich würde sagen, es ist, aber korrigiere mich bitte, ich würde sagen, es ist Bambus, oder? Richtig. Bambus-Schneidebretter mit Saftdrille. Die eine Größe ist 38 cm mal 25 cm und 45 cm mal 30 cm. Und diese Bambus-Struktur finde ich ja persönlich sehr, sehr schön, hat aber auch einen Nutzen, ist nämlich besonders klingenschonend, wenn Sie da irgendwas drauf klein schnibbeln und auch sehr langlebig. Und weißt du eigentlich, dass Bambus der schnellst nachwachsende Rohstoff überhaupt ist? Es gibt Bambusarten, die wachsen am Tag anderthalb Meter. Was ein normaler Baum braucht, zehn Jahre dafür. Ich übertreibe mal wieder, aber Sie wissen, was ich meine. Und dementsprechend würde ich sagen, ist das auch sehr umweltschonend. Und ich habe zu Hause umgestellt. Ich kann dir sagen, meine alten Brettchen, die habe ich zu Brennholz gemacht. Die sind bei mir im Kachelofen gelandet, beziehungsweise in meinem offenen Kamil. Und ich habe nur noch Bambus, weil ich es liebe. Ist auch sehr pflegeleicht. Allerdings habe ich mehr bezahlt. Ich habe für ein Brett 9,99 bezahlt. Das ist, glaube ich, ein bisschen kleiner als meins jetzt. Jetzt haben wir so ein riesengroßes und das hier gemeinsam für 10 Euro. Also das halte ich für ein Mega-Angebot. Ich bin mir sicher, sollten Sie noch alte Holzbretter oder gar Kunststoffbrettchen haben, so Schneidebrettchen, probieren Sie es mal mit Bambus. Sie werden es lieben. Ja, jetzt ist die Gelegenheit, mal komplett umzustellen. Der Bambus ist ja auch, glaube ich, das härteste Holz, was es gibt. Also das ist wirklich sehr widerstandsfähig. Weil ich hasse das ja bei normalen Holzbrettern so, wenn man die ein halbes Jahr hat. Dann sind da Furchen und Rillen drin. Und dann bleibt der Tomatensaft so schön drin hängen. Dann bleibt es immer rot. Ja, wenn man da noch Fleisch drauf schneidet. Also sehr unhygienisch, normales Holz normalerweise. Hier mit dem Bambusholz sind Sie da auf der sicheren Seite. Also sehr, sehr schick auch. Ja, schick ist das Stichwort, weil du kannst ja zum Beispiel das kleine Brett einfach mal auch schön beim Abendessen auf den Tisch stellen. Dann verteilst du da ein paar Wurstsorten oder ein paar Snacks oder Käse vielleicht auch mal. So zu anrichten. Weil das kannst du wirklich richtig schön drauf anrichten. Ja, das stimmt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, aber das ist eigentlich der kleinste Grund, aber sie sind viel schöner. Das finde ich zumindest als herkömmliche Holzbretter. Schneidebretter, die man zu Hause hat. Und die zwei Größen ist wirklich toll. Ich glaube, da kriegen Sie jeden Braten und alles eben zugerichtet. Schön finde ich natürlich auch noch diese Rinne, dass auch wenn mal wirklich, du hast vorhin Tomaten angesprochen, wenn mal der Saft läuft, der läuft eben hier in die Rinne und nicht auf die Ablage. Also Zweierset für 10 Euro, Wahnsinn, Schnäppchen. Was ich hier gerade auch lesen kann auf meinem schlauen Zettel, ist, dass die Oberfläche antibakteriell und antiseptisch ist. Dadurch werden natürlich auch Gerüche vermindert und Bakterienbildung wird hier auch verhindert. Also viele, viele positive Effekte konnten wir jetzt schon bei Bambus feststellen. Also es ist wirklich genial. Für 10 Euro das Zweierset. Diese zwei verschiedenen Größen kommen für Sie nach Hause mit der Bestellnummer ZX 81, 98 und die 569. Ein Muss für jede Küche. Schneidebretter braucht man sowieso immer. Und das Alte, was Sie zu Hause haben, ist vielleicht auch nicht mehr ganz so schön und sollte ersetzt werden. Jetzt ist die Gelegenheit, mal alles auszuwechseln hier. Bei dem Preis ist das wirklich sehr, sehr leicht. Sie dürfen es ja auch bis zu fünfmal bestellen. Ich sehe schon, was es ist. Ja, und ich liebe es. Gleich werden wir aktiv werden hier. Also erstmal müssen wir es aufbauen. Ich habe meins zu Hause. Ich habe ja genau diesen Reifen. Also es ist ein Hula-Hoop-Reifen, wenn wir es zusammengebaut haben. Ich habe meinen immer hinter dem Fernseher stehen. Wisst ihr warum? Dann kannst du immer den einfach benutzen, wenn der danach ist. Beim Fernsehen gucken ist doch viel besser, als einfach nur auf dem Sofa rumzusitzen, oder? Da hast du absolut recht. Ich habe neulich erst wieder, das ist ja eine Trendsportart. Viele machen das wirklich als Sport und nehmen damit auch ab. Habe ich gesehen, Sonderangebot jetzt, ich glaube, für 24,99. Und da dachte ich, oh, ist günstig. Aber jetzt haben wir so einen Hula-Hoop-Reifen für 10 Euro. Das ist der Wahnsinn. Ich bin gespannt. Ihr kriegt das sicher hin. Übrigens brauchen Sie das natürlich nur zum Transport zu machen. Und da haben wir noch ein fertiges. So sieht es aus. Geschafft. Also ich finde das klasse. Teamwork. Willst du? Ich weiß, Inge, du bist ja auch schon so oft Hula-Hoop gemacht. Du bist schon fast Profi, oder? Ich bin fast Profi. Lass mal Muni machen. Die kann das. Vielleicht sogar noch Massagenotten steht hier. Machen Sie Fitness zu einer runden Sache durch die kreisenden Bewegungen und den Schwung aus der Hüfte, fördern Sie gleichzeitig Muskelaufbau, Koordination und Durchblutung. Kannst du das, Monika? Ja, ich probiere das. Das ist bei uns immer schwierig, ne? Ich gebe es ehrlich zu, ich gebe es ehrlich zu, ich kann es nicht. Aber ich weiß von vielen, die das regelmäßig machen, die unglaubliche Wirkung haben. Jetzt noch ein bisschen Musik dazu. Die Sonne war da oben, ne? Rebecca, ich bin beeindruckt. Wow. Ja, ich sag ja, ich mach das immer vom Fernseher. Den haben wir nicht ordentlich zusammengebaut. Das war meine Schuld, entschuldige. Ja, geht doch. Geht doch, Monika. Also so schön sieht es dann nicht so. Du machst dem Meister jetzt noch die richtige Musik dazu. Ja, also ich find's toll. Für 10 Euro. Und wir haben keine Begrenzung. Sie dürfen also bis zu 5 Stück davon bestellen. Jetzt noch die richtige Musik eben. Oder beim Fernsehschauen oder ähnliches. Also ihr zwei seid richtig gut. Und es macht Spaß. Wie lange machst du das so beim Fernsehen am Stück? Beim Fernsehen, wie lange? Ja. Geht schon so 20, 30 Minuten. Echt? Ja. Ohne, dass er runterfällt. Ohne, dass er runterfällt. Ich bin schwer beeindruckt. Ja. Also es ist wirklich genial, weil die Zeit vorm Fernseher, die kann man auch sinnvoll verbringen. Und das ist hier eine wunderbare Sache, weil Hula-Hoop-Reifen schwingen kennt man aus der Kindheit. Hat schon damals riesen Spaß gemacht. Und den Spaß, den können wir hier wieder aufleben lassen. Übrigens, hier, du bist nicht die Einzige. Und schreibt die Klara zum Beispiel abends vor dem Fernseher seit einiger Zeit mein Abendprogramm. Selbst im Urlaub kann man das mitnehmen, weil man es leicht auseinander bauen kann. Und hier schreibt uns der Benni, täglich kurze Anwendung bringt Schwung und Beweglichkeit. Und das kann ich hier wahrscheinlich nur bestätigen. Die Bestellnummer ist die NX 7996 und die 569. Mega gut. Und Sie wissen mit Sicherheit auch, was solche Hula-Hoop-Reifen kosten. Im normalen 10 Euro, das ist ein Megaschnapper, würde mein Kollege Carsten jetzt sagen. Dieser Hüpfenschwung sieht gut aus. Bevor unser Sonderkontingent hier ausverkauft ist. Ich glaube, wir lassen mich jetzt einfach stehen, Rebecca. Das ist ja irre. Ich bleibe hier einfach stehen. Ich finde das aber anstrengend. Das ist auch auf die Dauer anstrengend. Der ist ja Sport, ne? Das ist es ja, ne? Also es ist Sport. Es massiert auch richtig schön den Bauch. Der ist jetzt richtig schön durchblutet hier bei mir. Ich bin aus der Puste. Aber es macht einfach Spaß und es ist super easy. Mal ebenso hinterm Sofa beispielsweise hervorgeholt. Und dann hast du hier dein Sportprogramm jeden Abend direkt in der Nase. Rebecca, atmest du jetzt gerade schon ein bisschen schwerer, oder meine ich das nur? Es ist also wirklich anstrengend. Man macht körperlich Sport, ja? Ja, du kannst natürlich variieren, ne? Also ich hätte jetzt wahrscheinlich ein Sauerstiftzelt gebraucht. Ja, genau. Weil ich bin es nicht gewohnt, aber ich finde es klasse. Also es macht auch Spaß zuzuschauen. Liebe Herren, kaufen Sie es doch Ihrer Liebsten und dann lassen Sie es mal einfach ein bisschen Hula-Hula machen. Sag mal, heute haben wir nur so große... Oh, wir haben schon wieder Sport. Ist es Sport? Ja. Ich hätte gedacht, dass es ein Sitzkissen ist. Ist es auch. Das ist auch ein Sitzballonskissen, wenn ich mich nicht irre. Aber wir haben einen schlauen Zettel, Ingo. Ein luftgekühltes Noppen-Sitzkissen und Balancekissen für Yoga, Fitness und Co. steht da. Ganz genau. Also klar, Akkupressurpunkte hier natürlich auch. Das macht man, ich glaube, barfuß steht man drauf. Ja, dann hat man hier schon mit den Fußreflexionen schon mal eine Massage. Und man kann das Gleichgewicht trainieren. Weil, du hast es gleich... Merkst du es? Oh ja. Du stehst hier nicht wie auf einer Platte, sondern das ist beweglich. Und dadurch gibt es Muskelbewegungen im ganzen Körper. Und das ist eben das Wichtige dran. Aber ist auch sehr angenehm, oder? Oh. Das ist allerdings cool. Ingo, barfuß. Tut es weh? Nee, das tut gar nicht weh. Das tut überhaupt... Also, ja klar, ich habe ja Schuhe ab. Aber, oh, das ist aber wirklich, das geht durch den ganzen Körper hier. Balance halten ist gar nicht so leicht auf dem Ding. Ich will auch mal. Das trainiert natürlich. Möchtest du? Ja. Oh. Stell du dich mal drauf, Rebecca. Ralf, hast du dich schon mal ausprobiert? Also, ich kann ja mal draufstehen, aber ho, 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 ho. Aber ich ziehe jetzt keine Schuhe aus, ja? Aber hier, da. Aber die Noppen spürt man auch, oder? Ja. Also, ich versuche es jetzt auch mal. Also, wir sehen, es ist nicht nur für unsere weiblichen Gleichgewichte geeignet, sondern dann auch für uns Schwergewichte. Einmal antippen. Ja, also, es ist wirklich, es ist wirklich interessant. Es ist interessant, oder? Das näht sich die ganzen Körper aus. Habe ich noch nie gesehen. Aber weißt du, was ich jetzt auch noch ausprobieren will? Ich will mal drauf sitzen, weil es ein Sitzkissen heißt. Das möchte ich jetzt auch mal. Angenehm. Also, so ein leichtes, also so eine geniale Idee hier, das Gleichgewicht zu trainieren. Ralf, du sitzt jetzt drauf. Ich bin jetzt ganz überrascht. Das ist ein unglaublich angenehmes Sitzgefühl. Ja, du sitzt gerade. Und du hast einen aufrechten Sitz automatisch, ja? Ja, ja. Oder du dich ja sonst so hängen lässt. Du sitzt. Rebecca, setz dich mal ganz kurz drauf. Schau mal, ob du das auch so empfindest. Weil ich habe jetzt Angst gehabt, ein bisschen vor den Noppen, dass das unangenehm wäre. Ganz im Gegenteil. Das ist sehr, sehr angenehm. Ich bin tatsächlich häufiger mal am Poppes verspannt, vom vielen Sitzen. Das ist wirklich angenehm. Das ist wirklich angenehm. Also, ich könnte mir das gut auf dem Bürostuhl auch vorstellen. Ja. Wer hat denn den schlauen Zettel mit der Bestellnummer? Ich hol mal die Bestellnummer. Und Sie sind bitte auch schnell, weil wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent für diese 10 Euro. Die FC 2818 und die 569, jetzt die Bestellnummer, holen sich das für die ganze Familie. Ich bin schwer beeindruckt. Ich habe das noch nie gesehen, aber das mit diesem da draufstehen, das erfordert so viel Gleichgewicht. Also, man trainiert das richtig damit. Und Sie haben es gesehen, auch größere Jungs können da drauf, ohne dass die kaputt gehen. Die 75 Kilo wiegen. Ganz genau. Aber du musst es wirklich barfuß machen, das ist echt angenehm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe das auch schon mal gesehen auf einem Bein dann, ja? Oder dann auch nochmal. Oh, 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 Preisalarm. Das heißt, hier kommt ein Produkt, welches nochmal wesentlich hochpreisiger ist. Wir haben es trotzdem reduziert. Mit der Eingrenzung hier maximal ein Stück pro Besteller. Und wir haben? Wir haben eine Mehrfachsteckdose, aber das ist diese besondere, die wir hier haben. Die habe ich ja noch nie gesehen. Die ist total super. Das ist eine Fünffachsteckdose. Guck mal. Da haben wir hier drei und hier haben wir noch einen. Und da haben wir noch einen. Und vorne haben wir sogar noch zwei USB-Ports dran. Das heißt, du kannst da auch noch dein Handy laden dran. Also das ist nochmal eine spannende Form, ne? Erinnert mich so ein bisschen an Flugzeugträger. Ja, und vor allem auch plattsparend. Das muss man sagen. Normalerweise in der Fünffachleiste hast du ja die doppelte Breite. Ja. Und hast immer noch keine Netzteile dabei. Hier haben wir die USB-Portland-Ladeteile. Und wir haben fünf vollwertige Schuko-Steckdosen. An- und ausmachen kann man sie auch noch, sehe ich. Richtig, Schaltbeiße. Ich sehe sowas übrigens auf dem Schreibtisch. Ja, natürlich. Oder in der Küche. Auch da, weil auch in der Küche hast du ja immer zu wenig Steckdosen. Also ich habe dort in meiner einen Ecke zwei Steckdosen. Ich habe aber fünf Geräte. Das heißt, du hast da also regelmäßig, hast du umzustecken. Hier könntest du alle platzsparend eingesteckt lassen, an- und ausschalten bei Bedarf. Und, wenn es sein muss, auch noch das Handy oder ein Tablet laden. Also fantastisch. Natürlich auch für Geräte, die USB als Stromquelle benutzen. Ich denke an unsere LED-Streifen. Es gibt Ventilatoren. Es gibt so viele Geräte, die USB jetzt als Stromquelle benutzen. Da brauchen sie kein USB-Netzteil mehr. Das hier ganz, ganz einfach. Oder auf Reisen im Hotel. Da gibt es ja auch nie genug Steckdosen. Also das nervt mich jedes Mal, wenn ich mein Handy dann da an den quasi Schreibtisch ranmachen muss und das nicht bei mir neben dem Bett liegen habe, weil da die Lampe drinsteckt. Lesen will ich natürlich auch. Also sehr, sehr praktisch. Genial. Ich habe hier ganz, ganz viele Zuschriften, aber ich habe sie mir gerade mal durchgelesen. Zwei finde ich besonders bemerkenswert. Als erstes schreibt uns Joachim aus Garmisch-Partenkirchen. Super Teil, kleines pfiffiges Design. Selbst meiner Frau gefällt dieses technische Teil auf dem Schreibtisch. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und der Thomas aus Coburg wird genauer. Der schreibt ein sehr praktisches Teil. Man steckt jederzeit einen Laptop, eine externe Festplatte oder andere Zusatzgeräte mit Netzteil an, ohne an die Steckerleiste unter dem Tisch zu müssen. Besonders praktisch die beiden USB-Anschlüsse. So können Handys, Tablets etc. problemlos am Tisch geladen werden. Da hat er absolut recht. Und für 10 Euro ist das für mich auch wirklich toll. Schauen wir mal auf Pearl.de, was der reguläre Preis unseres heutigen Preisalarms ist. 18 Euro ist der Preis bei Pearl.de. Und mir ist gerade noch aufgefallen, dass wir unten auch so Gumminoppen haben. Das heißt, der bleibt dann auch richtig schön stehen auf dem Schreibtisch. Der bleibt richtig schön stehen. Also verrutsch dich. Das ist nämlich bei meiner Steckdosenleiste nicht so. Oder bei meinen Steckdosenleisten. Guck mal, da sind sogar noch so Löcher drin. Das heißt, das kannst du sogar an der Wand oder an so einer Schreibtischseite anbringen. Für den Schreibtisch sehe ich das natürlich auch hier. Gerade mit diesem An-Ausschalter. Gerade so Geräte, die nicht immer Strom brauchen, wie ein Drucker oder überhaupt der Rechner. Wenn er drin steckt, braucht er ja auch viel Strom. Hier kann man es ganz einfach ausschalten. Und wir haben diese zwei USB-Dinger da noch dran. Das finde ich eben so genial. USB-Dinger. Ja, Lade, Netz, Teil, Stecker, Buchsen. Genau, so ungefähr. Ja, ich sage Ihnen, die Bestellnummer Dingenskirchen. Ja, das ist die PX1964. PX1964 und die 569 natürlich am Ende. Nur damit bekommen Sie diesen fantastischen TV-Sonderpreis. Wenn ich jetzt überlege, dass so Netzteile nur, also für USB, bei uns das günstigste kostet 5,69 Euro. Hier sind gleich zwei eingebaut, leistungsstark. Dann wären wir da schon fast bei 12 Euro. Und jetzt haben wir noch die gesamte schaltbare Steckerleiste. Also 10 Euro, wirklich toller Preis. Ja, super Preis hier. Unser Preisalarm bitte nur einmal pro Person bestellen. Aber das lohnt sich natürlich. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass heute fast keins unserer Produkte in den Kaffee uns passt? Ja, richtig cool. Die große, große 10-Euro-Show. Rebecca, magst du? Ja, doch. Ich wünsche dir so sehr. Ja, das ist dieser, Moment, ich habe ja den Zettel. Kosmetikkoffer, oder? Ja, kann man einsetzen, für was man will. Reiseorganizer und Aufbewahrungstasche für PC- und Mobilgeräte-Zubehör. Ach, ich war jetzt bei Kosmetik. Aber Kosmetik passt ja perfekt auch rein. Aber jetzt, wo ich sehe, würde ich sagen, Kamerazubehör, aber natürlich auch Computerzubehör, klar. Also ich denke, das ist vielfältig einsetzbar. Aber ich kenne viele... Wir sehen das mal als Kosmetikkoffer, ne? Ja, ich kenne viele Fotografen, die haben ähnliche Käufer, wo sie dann genau ihre entsprechenden Objektive reinmachen, damit die auch geschont bleiben beim Transport. Ja, aber okay, Reiseorganizer für allerlei, würde ich sagen. Ja, und du kannst hier die einzelnen Fächer individuell einstellen, die Wand kannst du rausnehmen und dann eben da einstellen, dass es genau auch passt. Die sind dick gepolstert, da können sie also Sachen sicher natürlich transportieren für Elektronik oder für Kosmetik oder andere kleine Sachen, die nicht durcheinander kommen sollen und die geschützt untergebracht sein wollen. Der ist ein richtig klasse Koffer hier für all diese Sachen. Hier oben, das hat Diana, glaube ich, mal gesagt, haben wir sogar so einzelne längliche Fächer, wo dann eben Schminkpinsel oder sowas reinkommen können, Stifte. Und die sind dann auch gut geschützt, weil du das hier, den Deckel quasi hier drüber machen kannst. Ich finde den als Kosmetikkoffer wirklich perfekt, oder Moni? Auf jeden Fall, hier hat man alles schön aufgeräumt. Ich finde, hier oben hat man auch noch so viele Taschen mit dabei. Also da passt wirklich viel rein, aber natürlich auch gerade hier für die ganzen Ladegeräte oder Computerzubehör. Also man kann das nicht für so vieles verwenden. Vor allem, ich habe ja mal so einen Kosmetikkoffer gesucht, weil wir ja unsere eigenen Schminke auch hier mitbringen. Und ich hätte so gerne so einen schönen sortierten gehabt. Jetzt habe ich, Moni, du kennst das, ich habe einen Koffer, der ist ungefähr genauso groß, aber ich kippe den immer komplett aus und habe den ganzen Schreibtisch voll liegen, weil ich sonst die Sachen nicht finde. Hier kannst du wunderbar sortieren nach Themen, hier die Lippenstifte, hier die Puderprodukte zum Beispiel. Hier nach oben sind sogar Reißverschlusstaschen, sehe ich. Da passen also auch noch kleinere Sachen rein, sind nicht nur unten. Also ich finde das auch toll für wirklich ganz, ganz viele Anwendungen. Ich denke, Sie wissen am besten, für was Sie es brauchen. Die Damen, Kosmetik liegt nahe bei uns Herren, vielleicht elektronische Sachen. Bei Fotografen ganz klar, Fotozubehör, SD-Karten, Objektive und, und, und. Aber für diesen Preis sofort zuschlagen. Definitiv, die Bestellnummer ist die ZX8120 und die 569 nur 10 Euro Top-Qualität, selbst auch zu strukturieren. Also besser geht es nicht, egal für welches Anwendungsgebiet. Nicht nur Frauen, aber auch Männer sind begeistert. Zum Beispiel Tore S. aus Frankfurt hat geschrieben, super Aufbewahrungssystem für Elektronik. Ich persönlich nutze es zur Aufbewahrung und Transport meiner Action-Cam und Zubehör. Also ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Den dürfen Sie wieder bis zu fünfmal bestellen. Unsere Preise gelten übrigens für zwei Stunden oder bis das Produkt ausvergauft ist. Das Kontingent, was wir haben, was auch schon mal vorkommt. Es passt mal ein Produkt in den Karton. Die anderen waren alles schön. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das erinnert mich an eine bestimmte Eule. Wie nennt sich das? Eine Solareulenleuchte mit warmweißen LEDs und Erdspieß. Also, Erdspieß, ganz klar, das steckst du irgendwo im Garten hin. Und ich denke mal nachts, oh ja, da sehen wir es, dann ist es auch noch LED beleuchtet. Und die Energieversorgung kommt über die Solarpanel, die hier, oder das eine Solarpanel, was integriert ist. Also muss ich sagen, das finde ich jetzt mal schön. Hier steht, verschönert ihren Außenbereich. Und wer hat schon eine leuchtende Schneeäule im Garten? Guck mal, wie süß die zusammen aussehen hier. Ja, stimmt. Vielleicht auch gleich mehrere davon. Das leuchtet im Dunkeln, schaltet sich automatisch bei Dämmerung ein und leuchtet dann eben mehrere Stunden. Den Strom kriegt es eben hier von diesem Solarpanel, was hier vorne dran ist. Das heißt, die brauchen keine Kabel, keine Batterien, keinen Akku, um sich um gar nichts zu kümmern. Da stecken sie einfach rein, der Erdspieß ist dabei. Und dann macht die Eule hier ihre Magie, eine Schneeäule. Wow, Eulen kann man ja so gut wie gar nichts sehen. Hier steht nur Eule, aber ich glaube, die Art heißt Schneeäulen. Ja, die ist ja weiß. Also ich bin kein Vogelforscher. Ornithologe. Ornithologe, genau das Wort. Ich bin kein James Bond. Das ist ja übrigens... Hast du das gewusst, dass die Namensgebung des Geheimagenten auf... Ian Fleming hat er die geschrieben und er hat wirklich ein Buch über einen Vogelgrundler gelesen. Und der hieß James Bond. Und deshalb hat Ian Fleming diesen Namen ausgesucht für den Geheimagent. Aber das nur am Rande, wir sind ja bei den Eulen. Ja, nicht bei James Bond. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Sicher nicht. Ja, aber die sind wirklich total schön. Also was ich Ihnen auch eben zeigen wollte ist, der sieht von allen Seiten schön aus. Das ist mir immer wichtig, wenn du Gartendeko hast, wenn du die jetzt nicht unbedingt am Grundstücksende platzieren möchtest, sondern vielleicht auch mal so mittendrin. Dann darf sowas auch von allen Seiten aus schön aussehen. Und das ist so herrlich, weil der so knuffig ist. Und du hast immer so das Bedürfnis, so drüber zu streicheln. Du bist bei den Eulen gerade Paarungszeit. Nein, der guckt sich nur von allen Seiten an. Der guckt sich nur auf die wirklich so schön ist von allen Seiten. Aber, Rebecca, du hast recht, es gibt viel Gartendeko, die kannst du einfach nur von einer Seite anschauen. Und von der anderen Seite ist es einfach eine hässliche Rückseite. Die kannst du von jeder Seite anschauen. Installation, Erdspieß in die Erde und schon haben sie eine Eule im Garten. Also ich finde das toll. Ich habe es so noch nie gesehen. Deshalb habe ich auch keine Preisvorstellung, aber ich empfinde 10 Euro als sehr, sehr günstig für so eine Gartendeko. Das ist auch so aus wetterfestem Kunststoff hier gemacht. Das hält also auch sehr lange, hält bei Wind und Wetter. Leuchtet diese Eule bei Ihnen im Garten, im Winter natürlich, im Schnee, muss sie besonders cool aussehen. Steht das zufällig drin, ob die Hand bemalt ist? Weil für mich sieht das handbemalt aus. Nein, das steht jetzt hier nicht drin. Hier steht nur eine Deko-Leuchte, die sich eben bei Dämmerung dann automatisch einschaltet. Die sind ein bisschen unterschiedlich, sehe ich auch so. Guck mal, hier die Flügel, da siehst du es. Also ich will es jetzt nicht verneinen, aber auch nicht bejahen. Aber eins kann ich auf jeden Fall bestätigen. Eins kann ich auf jeden Fall bestätigen. Die Eule sieht toll aus. Die Bestellnummer ist die ZX 6325 und die 569. Monika, gefällt dir sowas auch? Ja, finde ich auch schön auf dem Fall. Könnte man vielleicht auch, wenn man so Balkonenpflanzen hat, also auch wenn man keinen Garten hat, in die Balkonenpflanzen reinmachen, oder? Auch eine gute Idee. Ich finde generell, Eulen, die faszinieren mich immer. Weil die können ja ihren Kopf so weit drehen. Ich wollte das als Kind auch immer machen, aber... Steht nicht. Stehen Eulen nicht für die Weisheit? Ist das nicht die Eule, die für die Weisheit steht? Meine Mama, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Weisheit bei weißen Eulen. Monika steht auf Weisheit. Das haben wir jetzt wieder an. Und auf Wenderhälse. Wenderhals heißt das, glaube ich. Dankeschön. Das ist doch praktisch, wenn du gucken kannst, was da hinten losst. Wir gucken dir gerade vor mit dem rotierenden Kopf. Jetzt machen wir ein bisschen Party. Party, Party, Party. Oh, cool. Schick. Wir haben diese Retro-Trinkgläser mit Schraubverschluss. Und jetzt gerade, wenn man im Sommer wieder draußen sitzt, habt ihr auch das Problem bei euch. Wespen. Anderes Ungeziefer. Du hast ein Getränk stehen, drehst dich einmal um, hängt plötzlich eine Wespe drin. Und das kann gefährlich sein, wenn man die dann mit trinkt. Ja, also das hier ist ein Schutz. Und natürlich ist es cool. Das muss man jetzt mal sagen. Auch, ich sage jetzt mal, Kellerparty bei dir. Und da machst du hier mal Cocktails drin. Retro-Look ist das. Servierst so deine Cocktails. Das ist echt Glas. Trinkhalm ist dabei. Mehrfach verwendbar. Der Trinkhalm kann nicht rausfallen, wenn man es richtig rum reinsteckt. Da ist eine Bremse. Da ist eine Bremse drin. Hier bei Rebecca haben wir es mal gemacht. Der Deckel ist drauf. Da kann also nichts reinfliegen. Und es ist hier, und jetzt halten Sie fest, ein Dreier-Set. Für 10 Euro. Drei Stück für 10 Euro hier. Mit dem Strohhalm zusammen. Alles ganz einfach in der Spülmaschine wieder sauber zu machen. Die Enjoy. Die Bewertung von Enjoy ist übrigens, wir wissen, wir in der Redaktion die Gläser zu schätzen, da man so einfach, entspannter ein Getränk genießen kann. Darüber hinaus sind die Gläser auch optisch ein Hingucker. Natürlich. Macht auch mehr Spaß, aus solchen Gläsern zu trinken. Gerade wenn du so ein Kandidat bist, der wenig trinkt. Ich fasse mir an die eigene Nase. Dann hilft sowas schon sehr. Wenn es Trinken stylisch wird, dann trinkst du gerne mal aus so einem Trinkbecher. Ich sehe das auch häufig in Restaurants, dass du dann so Eistees oder so serviert bekommst. Ohne Deckel, aber mit diesem tollen Design hier. Hier steht ja drauf, Quality Ice Cold Drink. Na, siehste. Und ist das Echtglas, und zwar stabiles Echtglas. Ich bin mir sicher, dass nicht nur wir Erwachsenen jetzt davon fasziniert sind für Cocktails oder andere Getränke, sondern auf dem Kindergeburtstag ist sowas, glaube ich, auch der Renner. Oder? Auf jeden Fall. Das macht einfach wirklich mehr Spaß. Auch für Storys sehr schön. Kann man so schön anrichten, auch wenn man einen Besuch hat. Ach so, also wunderbar, 3er-Set für 10 Euro. 3er-Set, die Gläser, 3 Deckel und 3 Strohhalme kriegen Sie dazu. Ich glaube, 6 sollte man immer so von Set haben oder gleich mal 2 Sortimente bestellen. NC 2407 und die 569 ist die Bestellnummer. Wie gesagt, auch das dürfen Sie wieder bis zum 5. Mal bestellen. 3 dieser tollen Gläser mit allem drum und dran für 10 Euro. Die sind super schick. Die sind auch aus so dickem Glas. Die Getränke bleiben dann auch länger kalt. Und sie gehen vor allem nicht so schnell kaputt. Ice-cold-Drinks. Ice-cold-Drinks. Und auf Kindergeburtstage kann man die auch ganz lassen dann. Die gehen nicht so schnell kaputt. Was haben wir denn jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Das sieht jetzt auf jeden Fall mal interessant aus. Das sieht sehr interessant aus. Ich würde sagen, irgendwas für Tiere zum Füttern. Richtig. Es ist eine 2 in 1 Vogeltränke- und Futterstation mit Klemmhalterung. Und Ralf, da bist du ja der Experte für, wenn es darum geht, den Tieren ein Wohlfühl zu Hause zu bieten. Weißt du, ich finde das immer so lustig. Wenn ich das jemandem erzähle bei mir, dieses große Vogelhaus, ich sage Faszination pur, dann gehen wir ja, das sind halt Vögel. Und wenn dann Ingo war da, du warst da, Monika war noch nie zum Frühstück bei mir. Ich war das gleiche. Ja. Oh, Entschuldigung, stimmt, stimmt auch schon. Und wenn Sie dann diese Vogelstelle sehen, wie die Vögel wirklich von allen Seiten kommen, was da für ein Leben ist, dann kann man diese Faszination nachvollziehen. Entschuldigung, Monika. Was hast du denn für Vögel beobachten können bei Ralf? Ich glaube, viele Spatzen hast du, ne? Schräge Vögel. Also ich muss euch jetzt mal ganz ehrlich sagen, als ich hier nach Dassel gezogen bin, da konnte ich unterscheiden eine Amsel von einem Raben. Und das war's. Das war's. Mittlerweile haben wir, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Meißenarten. Wir haben Kernbeißer, wir haben Goldammer, wir haben Eichelheer, also wir haben auch die Drossel gibt es bei uns, Spechte. Also all das, es ist, wir haben, wir haben ja gezählt, wir haben 19 oder 20 verschiedene Vogelsorten bei uns im Garten. Und wenn du da morgens sitzt, das ist ja in drei, vier Metern Entfernung, ja, trauen sich alle Vögel außer die Eichelheer hin. Die Eichelheer kommen nicht, wenn du in der Nähe sitzt, ja, aber alle anderen Vögel, die kommen. Und dann sitzt du da und bist fasziniert, ja. Und hier muss ich sagen, das ist jetzt auch schön mit der Schraubzwinge festgemacht irgendwo, Vogelfutter, ein bisschen Wasser rein. Und ich glaube, das gibt in jedem Garten so ein kleines Schauspiel. Ja, du kannst es auch an die Fensterbank machen, ne. Wenn du jetzt in einer Mietwohnung wohnst, wo du keinen Garten hast, machst du das einfach an den Balkon oder an die Fensterbank von außen. Und dann können sie das Wunder der Natur sehen, wenn die kleinen Kameraden kommen und sich hier selber bedienen, entweder mit Wasser oder mit dem Vogelfutter. Ich finde das richtig klasse. Es macht einfach Spaß, die Natur anzugucken hier. Und so kleine Vögelchen mag jeder gerne. Und jetzt noch einen kleinen Tipp. Erdnüsse reinmachen. Ganze Erdnüsse. Also meine Eichelheer, ich liebe Eichelheer, weil sie so wirklich tolle Vögel sind. Ich finde die auch toll. So ein großer, bunter Vogel. Und ich mache jeden Morgen, mache ich so eine Handvoll in mein Vogelhaus, mache ich Erdnüsse. Und dann laufe ich rein und laufe an mein Küchenfenster. Und dann sind die schon da und holen sie. Das heißt, die sitzen bei mir irgendwo auf den Bäumen, warten auf diesen Moment. Ich werde beobachtet von den Eichelheer. Und sobald die Nüsse drin sind, wenn ich weg bin, sind die Nüsse weg. Aber es ist ein Schauspiel, was sich lohnt. Und hier kannst du sowas natürlich auch machen. Wasser, eine Tränke ist sowieso gut, obwohl im Moment haben wir viel Wasser. Aber das kann im Frühjahr wieder ganz anders aussehen. Jetzt habt ihr mich auf Ideen gebracht. Also das jetzt bei mir vom Schreibtisch am Fenster, direkt auf der Fensterbahn. Ja, ja, ja. Dann bist du ja hautnah dran. Und ich liebe es auch, Vögel zu beobachten. Und damit tun sie den Vögelchen auch gerade in dieser Jahreszeit was Gutes. Die Bestellnummer ist die ZX82 15 und die 569. Definitiv sind schöne Sachen hier dabei gewesen. Aber richtig toll. Ich habe schon begeistert gewesen. Vor allem der Hula-Hoop-Reifen. Den finde ich super. Für 10 Euro, das wäre mein persönlicher Tipp. Aber Sie dürfen entscheiden, was bei Ihnen in dem Bahnkorb landen darf. In jedem Fall direkt jetzt oder die nächsten zwei Stunden allerspätestens anrufen und bestellen.